Manchmal ist es sinnvoll und notwendig, Kleintiere mit einer Extraportion Vitaminen zu versorgen, z.B. nach Krankheit oder bei trächtigen und säugenden Muttertieren. Aber auch sonst hält eine wöchentliche Vitaminkur Kleinsäuger fit und vital und sorgt für ein schönes Fell. Die Lebensvitamine von BAFA versorgen ihren kleinen Weggefährten mit allen wichtigen Vitaminen. Die Vitaminspender funktionieren einfach unkompliziert und sorgen für die Extraportion einmal pro Woche. Die BAFA Lebensvitamine können über das Futter verabreicht oder auch in das Trinkwasser gegeben werden. BAFA Lebensvitamine gibt es in zwei Sorten, für Nager und Kleinsäuger und auch speziell für Meerschweinchen mit extra viel wichtigem Vitamin C. Gönnen Sie Ihrem Liebling auch mal etwas Besonderes. Mit BAFA Karottentrunk und Waldfruchttrunk bereiten Sie ihm eine herrlich köstliche Abwechslung. Mit der 100 ml Konzentratflasche können Sie mehr als 6 l normales Trinkwasser für Ihren Kleinsäuger zu einem schmackhaften Erlebnis machen. Die BAFA Knabbel Rounds sind große leckere Knabberringe, mit denen Sie Ihr Kleintier verwöhnen können. Aber BAFA Knabbel Rounds sind mehr als nur ein Snack. Sie sorgen für Beschäftigung und Zeitvertreib und befriedigen das Nagebedürfnis. Dabei unterstützen Sie auch den natürlichen Abrieb der Zähne. BAFA Knabbel Rounds sind gesund und lecker und unterstützen die Verdauung. Alle Kleintiere mögen sie gern.